hallo hoberwart freunde so wir haben jetzt hier am niederrhein so 20 grad und das sind eigentlich schon temperaturen mittlerweile die anfang einer mit ihren acht jahren echt schon zuzusetzen und deswegen trägt sie jetzt auch die kühlweste aus super wie man sieht man kann auch wirklich das geschirr super darüber ziehen man muss es natürlich an der seite etwas weiter stellen ich hatte jetzt mal einen halben liter wasser mitgenommen habe die darüber gekippt den liter wasser langsam und habe das da einmassiert die ist also wirklich ganz ganz weich diese die diese cooling west fühlt sich super angenehm an überhaupt nicht schwer und nimmt wunderbar das wasser auf und gibt die jetzt also nach und nach mit der körper wärmer gibt sie das wasser wieder ab die also die temperatur ab also ich muss sagen top hier super und sie läuft eigentlich wie ein döppchen damit wenn sie denn läuft so also dann sind wir jetzt unterwegs halbe stunde 25 minuten sie ist also wirklich noch leicht feucht hier hat sich ein leichter film darunter gebildet hier ist so ein meschgewebe mit eingearbeitet also die fühlt sich echt super schnufflig an wenn man das mal so sagen darf und die große läuft auch toll damit ne so dann kommt weiter man sieht die sitzt wirklich super hier haben wir sogar ein paar schmutzflecken von der jesse ob man jetzt ein geschirr darüber zieht das muss jeder für sich selbst entscheiden hat vielleicht ein bisschen was von ritter rüstung aber passt eigentlich perfekt weil die gurte hier von der weste sitzen in der mitte das ist eigentlich super also mitte vom vom brustkorb geschirr laufen hier rum wir haben das alte geschirr von einer genommen haben es weiter gemacht man könnte hier jetzt über den reißverschluss kann man auch hier drunter das ist aber schön könnte man den anbindepunkt vom halsband rausbringen oder eben den hier auf dem geschirr das ginge auch wenn man es drunter ziehen will und das ist also wirklich hier ganz leicht kühl also nicht übertrieben kalt das ist super und der popo wo nichts war der ist der ist warm ne bärchen bist zufrieden haben wir das gut gemacht ja hilft das alles klar so euch noch einen schönen tag bis bald tschüss